willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ihr habt es gerade gesehen willkommen zurück toto ja ihr habt es gerade gesehen wenn ihr den winter skin noch habt oder das winter layout hier dann müsst ihr einmal in den play store oder in den app store eures vertrauens gehen und müssen update machen das war ein optionales update hier dass der schnee hier weg geht an dem ding hier ist das irgendwie automatisch gekommen bei meinen google musste ich da oder bei mein google die weiß es musste ich dort kurz einmal tatsächlich von hand kurz in den store gehen oder in den google play store und musste daten update starten dann ist der schnee hier geschichte und ihr könnt es auch nicht mehr umstellen hier unter den mehr sachen hier ist also echt mal weg ja worum geht es heute wir wollen ein bisschen batschen batsch ist nicht meine favorisierte armee batsch ist nicht mal mit meine favorisierte armee aber ich habe sie ein bisschen modifiziert um so ein paar kleinere sachen ich nehme nämlich immer ganz gerne mit ein paar hog rider oder aber auch in der zweiten armee ein ein paar loons und ein paar hog rider denn so ganz batschen das ist nicht so mein ding die armee hier allerdings batsch kommt ja so ein bisschen von barbarian also die barbaren im deutschen und den archern oder den bogenschützinnen also der begriff ist halt aus dem englischen batsch barbarian archer das gibt es dann so im deutschen nicht nicht wirklich aber es ist auch eher eine armee wo du jetzt so ein bisschen so eigentlich so ein bisschen die außenlager machst denn die innenlager hier willst du damit gar nicht erreichen man kann aber auch ein paar mauerbrecher mitnehmen um vielleicht so ein bisschen in was zu erreichen und um vor allen dingen so ein bisschen an dunkle sachen zu kommen die im inneren meistens dieser basis hier stecken sollte man dann schon etwas bessere truppen mitnehmen aber ich glaube mit den schweinereitern was habe ich hier noch drin ich habe noch noch mehr schweinereiter in der clanburg okay da kann man natürlich ein bisschen was mitnehmen ich habe auch mal wieder so ein kleineres problem hier was mein dunkles angeht denn egal wie ich jetzt mache ich kann gewisse sachen nicht leveln das zum beispiel eine coole base hier die kann man ganz gut batschen ich gucke mal eben ob wie hier was in der clanburg haben da haben wir nichts drin und dann check ich eigentlich immer was kann was kann was kann ich schon einen bogenschützen erreichen okay nicht wirklich viel wo sind die minwerfer die sind dort dann nehmen wir mal hier zwei drauf glaube ich oder reicht da einer ein blitz zauber reicht nicht ganz dafür okay ein blitz zauber reicht nicht ganz für den minwerfer dort und aber ich glaube für den minwerfer müsste eigentlich einer reichen oder denn das ist so ein bisschen das was ihr mal machen solltet ihr solltet blitze mitnehmen für den flächenschaden und der flächenschaden heißt in diesem fall minwerfer der heißt in dem fall minwerfer und wir wollen aber an den dunklen potty auch so ein bisschen kommen deswegen nehmen wir jetzt mal so ein paar barbaren hier die hier außen so ein bisschen was lösen ja ich weiß da ist immer noch minwerfer aber der ist gleich geschichte der ist auch geschichte und dennoch glaube ich dass wir ja das wird ich muss mal gerade gucken so jetzt muss ich mal mein display ein bisschen festhalten wir kommen hier wir sollten glaube ich doch ein paar mauerbrecher mitnehmen oder paar mauerbrecher können nicht schaden an der stelle auch hier oben noch so ein bisschen gebatscht und mal sehen ob wir dort hier unten das kriegen wir schon mal weg aber wir kommen halt nicht an den dunklen pot dann sehen wir mal zu dass wir hier oben wenigstens gold noch mitnehmen können kurz mal die kleinen tanks hier vorgeschickt meine hocks kinder ganz gut durch sich gerade meine hocks gehen echt mal cool durch und dem nehmen wir noch mal das ganze gold weg die hocks haben sich ganz geschafft okay aber ich will das dunkle auch haben so gehen ja eigentlich drauf da 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 die gehen da hinten drauf auf den das king ding das ist doof okay aber meine bogenschützin die gehen hier unten jetzt drauf und jetzt müssten eigentlich auch die die barbaren die gehen da rein okay ist aber nicht so schlimm aber aber so kann man das ganz gut machen so ein bisschen kombiniert jetzt ist es ist jetzt nicht so plain bad und mein king ist da noch den fahren wir doch auf null okay das habe ich jetzt nicht so gesehen aber ich glaube das ist eine coole sache so ein bisschen kombiniert bad einzusetzen das könnt ihr übrigens machen wie gesagt rathaus weiß ich nicht rathaus anfangen clash of clans bis rathaus ende clash of clans denn diese bad geschichten hier kann man super gebrauchen ich will mal eben im shop gucken ja wir brauchen mal ein von den trainingstränken hier denn sonst komme ich hier auch mit diesem account hier zu gar nichts im nächsten in der nächsten bei den nächsten klaren spielen gibt es ja immerhin ein paar tränke und das sieht aber ganz gut aus das sieht ganz gut aus aber ich will den klein eben mal eben mal umstellen für euch zwischendurch einmal auf englisch denn dort sind natürlich schon ja tolle wurst da sind mal wieder die klaren spiel sachen geleakt also ihr seht das hier ist schon wieder geleakt die februar clan games was es denn gibt und es gibt kein hellenbuch es gibt kein hellenbuch aber ich glaube das ist eigentlich ganz in ordnung ist eine gesunde mischung zwischen vielem und also ein bisschen was für die bilderhall also für die meisterwerkstatt dafür die dunkle bis dunkeldorf und ein wenig fürs normale dorf aber ich bin ganz froh hier mit dem account dass ich vielleicht so ein zwei pullen dazu bekomme es gibt bauarbeitertränke es gibt eine rune es gibt jams das ist auch ganz ganz wichtig und ihr könnt das alles nachlesen ihr müsst den kleinen nur einmal auf englisch stellen ich stelle ihn aber mal auf deutsch denn ich komme am ende dieses videos noch mal auf etwas zurück wo es darum geht dass im deutschen client auch eine ganz besonderheit ist ich bin ja die tage schon mal kurz darauf eingegangen tagesaufgabe bitte und habe jetzt aber gerade mal ein paar hocks zu viel wenn ihr mal vier und ich nehme ganz gerne vier lungs noch mit zum bad zum bad farm und da will ich am ende noch mal so ein bisschen auf euch zurückkommen was es heißt die news richtig zu lesen und auch in mal vielleicht vielleicht etwas zu beobachten das könnt ihr mir dann sagen wir haben hier übrigens ganz ganz nebenbei ein perfect war hingelegt leute 90 sterne gegen einen clan ja der die waren eigentlich gar nicht schlecht aber irgendjemand hatte dann geschrieben die waren doch ein bisschen überfordert mit 30er ck wenn ihr aus dem clan hier so ein bisschen mehr sehen wollt also heute abend aus dem clan free to play dann kommt einfach in den live stream rein da werde ich ein bisschen was hier aus zeigen aus dem clan krieg und das wäre jetzt ein bisschen viel für die folge ich muss mich auch mehr entscheiden was machst du eigentlich toto machst du was mit truppen machst du was aus dem ck oder sonstiges und deswegen kommt einfach in den live stream da sehen wir ein paar angriffe ein paar ist gut ein paar mehr angriffe aus dem clan krieg hier wie wir es eigentlich gemacht haben denn wir mussten uns hier gegen rathaus 8 rathaus 9 durchsetzen ich habe auch noch einen angriff offen dem mache ich irgendwo hier so ein bisschen so irgendwie für loot oder sowas denn ich kann sie ganz gut gebrauchen neben meiner bad geschichte ich habe auch die den ersten angriff hier habe ich meinen gegner kaputt gebatscht und danke für die truppen ihr seht ich pumpe jetzt gerade ich bin eigentlich ganz gut zugange ich habe vier bauarbeiter frei ich habe im moment nur min und sammler gemacht oder hier die minen da sind sie elixiersammler oder auch die goldminen denn mehr hatte ich hier an an kapazität nicht aber mein labor läuft im moment leer da wollen wir auch noch ein bisschen was anstarten ein bisschen was geht ja heiler mauerbrecher riesen oder aber noch ein bisschen wir fahren noch mal noch ein bisschen mehr für den wootsauber glaube ich finde der wootsauber ist glaube ich sinnvoll für rathaus 7 rathaus 8 und ich wollte gerade sagen ich lasse mein king noch so ein bisschen recken meine ich mache ich nicht die folge kann ruhig mal ein bisschen länger werden denn wenn man ja mal effektiv was aus seinem clash of clans leben zeigen will dann muss es einfach länger dauern und ich kann auch nicht dauernd hier irgendwas schnibbeln nur damit es eine coole folge wird sondern ihr wollt ja auch sehen wie spielt der tote eigentlich clash of clans ja so so mache ich das und immer auf verschiedene art und weise oder geht eigentlich der geht ganz gut das coole ist er hat da einen minenwerfer im ausbau und wir kriegen aber nicht alle minenwerfer weg dann machen wir mal glaube ich den hier weg mit zwei stück passt das so ja das passt mit zwei und da noch einer drauf oder warte mal da noch einer drauf er hat aber drei ne der ist auch weg eben der hatte drei wo ist jetzt hier der dritte wo ist der dritte minenwerfer den sehe ich jetzt gar nicht bin ich blind keine ahnung bin kann sein ja ich bin natürlich blind aber nicht ganz so blind dass ich die beiden bauhinden nicht mitnehme und dann gehen wir hier mal mit unserem wachstruppen rein war so ein bisschen mehr gesetzt die luftabwehren stehen hier natürlich die stehen jetzt nicht so was habe ich auch ich habe ich habe einen drachen dabei okay dann nehmen wir dann nehmen wir das hier mal weg ich nehme mal die und wir wollen in jedem fall die dicken pötte hier haben aber erstmal muss dann eine luftabwehr glaube ich gestorben sein bevor wir hier mit den restlichen truppen reinkommen oder geht die weg da ja die geht weg okay dann können wir hier auch die klanburg setzen und ich würde ganz gerne den dunklen potter da vorne bekommen da kriegen was elex hinten geht noch ein bisschen was an dem sammler hier einmal ein bisschen hiervon gesetzt also man muss mit dieser truppe nicht wirklich auch da gehen meine ganzen bogenschützen gerade drauf da muss man nicht unbedingt in die bases kommen sondern es reicht wenn man rundum kommt und ihr seht das hier das geht eigentlich ganz gut aber es ist nicht meine truppe ich mag kugeln doch ein bisschen lieber nur ich wollte heute mal mit euch batschen denn das mache ich schon das mache ich jetzt gerade schon ein paar tage mit der truppe hier um das mal wieder ein bisschen zu ein bisschen rein zu bekommen vielleicht auch für die andere hat auch stufen aber ich glaube das ist ganz gut wir nehmen in jedem fall viel weg der drachen hat jetzt natürlich noch der drachen hat noch mal richtig was rausgenommen fand ich natürlich auch schick aber gleich geht es in den bereich der luftabwehr und dann ist er auch weg das schafft er einfach nicht mehr gegen zwei bogenschützen türme und auch eine luftabwehr jetzt gleich anfängt mir zu ballern jetzt 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 fängt sie an zu ballern denn der drache war level 2 wir haben ja noch kein level drauf sondern wir haben hier noch ganz normale level und ich weiß gar nicht es gibt auch schon den einen oder anderen hier in dem clan der auch die drachen ein bisschen höher hat okay da war ein bisschen mehr elex reingekriegt dann machen wir das wieder und können noch nicht wieder fordern das dauert halt das dauert halt beim grad beim boosten ärgert mich das immer so ein bisschen dass die sachen länger dauern naja ok was haben wir hier egal was 1 2 3 4 5 kann ich ja auch mal verspenden hier 1 2 3 3 4 5 jetzt habe ich gleich zwar ein bisschen mehr barbaren ist aber nicht ist nicht ganz so tragisch ich lasse mal eben recken wartet die 9 minuten mal ab das cut ich euch aber auch wenn die folge heute wird ganz schön lang aber ich hoffe das steuert euch nicht dass ich ein bisschen batsche am ende habe ich noch ein bisschen was anderes für euch also bleibt ruhig dran bis zum ende und dann sehen wir uns hier bei clash of friends ich kämpfe echt an viele fronten gerade sowohl im discord als auch in den chats hier bei den verschiedenen clans und auch beim clan deutschland deutschland-ed vielen dank übrigens für die vielen einsendungen beziehungsweise kommentare und auch nur für die vielen member die da reingekommen sind ich bin echt mal gespannt wie das ganze so wird kann nur gut werden kann nur gut werden aber jemand hatte geschrieben voll der clickbait gestern ja natürlich ist das ein clickbait gestern gewesen der titel das ist so viel lot denn wie soll ich sonst den clan vollkriegen wenn ich meine reichweite jetzt nicht mal nutze um das ding hier voll zu kriegen um euch hier allein zu ziehen beziehungsweise den clan voll zu bekommen aber ich habe es am anfang gesagt das war eigentlich kein clickbait ich habe ein klaren geschenk bekommen und da sind jetzt halt leute und mein gott so ist das nun mal und ich glaube das hauptaugenmerk auf dem kanal soll immer noch ein bisschen clash of clans bleiben habe ich auch geschrieben denn 15 minuten jetzt hier nichts tun und nur über einen clan labern das ist auch irgendwie doof dann klatsch ich lieber so ein bisschen und nimmst ein bisschen mit euch auf auch wenn ich jetzt gerade keinen gegner finde der mir so richtig zusagt obwohl da schon einige bei waren die mir hätten zugesagt aber ich habe eine cool amie am start für den rados 8 hier ok wir fangen immer an mit dem blitzen eben habe ich ich habe auch eben gefragt wo ist denn der dritte minenwerfer ja der dritte war im ausbau 2 geblitzt einem ausbau also nehmen wir den hier hier reicht immer ein blitz auf die alten minenwerfer oder na tatsache so geil es ist so geil ich habe ich weiß ich habe jetzt keine keine mauerbrecher dabei aber es ist so göttlich beim badschen und ähm die frage ist jetzt von wo wir reinkommen äh von wo könnte denn eigentlich eine clanburg kommen ich gucke mal da da ist keine drin ok dann können wir hier dann können wir hier mit dem badspart beginnen die müssen sich erstmal ein bisschen durchfressen und ähm denn wir haben so ein bisschen flächenschau schaden hier weg zu machen mit dem mit dem ähm magierturm hier noch verschiebt sich mein tablet immer so ein bisschen wenn ich hier so ein bisschen tippel auf dem retina ähm wir müssen da jetzt erstmal was habe ich denn da wieder drin ah da habe ich noch mehr loons drin ok ich habe da ganz ganz viele loons drin die muss ich weg machen ne nicht die loons die luft abwehren muss ich weg machen sonst kann ich meine loons hier im backhand nicht nicht raus streuen so einmal meine vier hier die gehen sogar da super die gehen sogar da und die vom und dinks gehen auch da schnell die luftabwehr weg machen ah das hätte ich vorher machen können das hätte ich vorher machen können na ah die geht noch down ok die geht noch down jo da haben wir den achter glaube ich auch hingerichtet zwei tesla noch aber viel zu viel von meinen truppen noch übrig boah ein bisschen batschen ja so gerne doch da 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 ich lese noch ein bisschen in den chats quer und auch in den verschiedenen discords wo ich zurzeit tätig bin denn ich war heute in einem ganz ganz besonderen discord mein voice da hat man sich mal ein bisschen cool ausgetauscht und dessen ist es auch wert da am ende noch mal ein bisschen werbung zu machen aber wir machen erstmal noch einen dritten angriff die folge wird dadurch zwar ein bisschen länger ich hoffe das stört euch nicht dass wir ein bisschen batschen die bilde ich mal wieder aus dann kann ich gleich wieder truppen machen cut wie immer ist leider so oha holy shit den können wir mitnehmen und zwar haben jetzt so ein paar bogenschützen auf den minenwerfer der dürfte jetzt eigentlich nicht schießen ja da müsste auch mal ein bisschen drauf achten aber ok der bogenschützen turm schießt da und jetzt auch der minenwerfer oder? ah ne das ist außerreichweite damit ist der minenwerfer schon mal weg ok die luftabwehr da wäre auch nicht schlecht da schießt nichts drauf der bogenschützen turm hier weg nur geh weg dann haben wir das auch schon mal geschafft da kleinvieh macht auch Mist Bauhütten müsst ihr immer dran denken ist ne tat hier in clash of clans mache ganz ganz viele Bauhütten gibt es ein paar gems für und ihr seht das also hier ich kann ja jetzt ganz ganz easy peasy ein bisschen außen schon mal die lager wechseln dort und auch na nicht ok da ist das ding dran ja super da hätte ich jetzt noch einen lun setzen können ne na egal da hätte ich auch einen lun setzen können dann nehmen wir hier jetzt mal unsere truppen in die flecht den dicken hier rein und die kriege ich nicht ganz alle geblitzt ok die kriege ich jetzt nicht ganz alle geblitzt aber wir kriegen ein bisschen was hin wir kriegen schon ein bisschen was hin so einmal hier einmal da ich ziehe die jetzt mal kreis rund rum wir haben hier jetzt ein paar loons die lassen wir da mal raus und noch noch mehr loons more loons please so da kommt unsere clanburg da ist auch das ah ich will das dunkle haben das dunkle ich will das dunkle oh die loons packen gar nichts okay die loons packen nix ist der sammler da noch drin ah der ist noch drin die sammler hier auch und die sammler da auch da ist der fokus drauf ah da haben wir doch noch ganz ganz gut was geholt allerdings so ein minenwerfer ist dann schon ein bisschen fies ich hätte die hocks vielleicht doch anders raus lassen sollen ähm denn da stirbt doch recht viel jetzt in dem flächenschaden oh die schaffen das dann nicht ah naja egal ist nicht so schlimm aber wir haben trotzdem ganz ganz gut was geholt ich batsche mal weiter das muss ich üben vor allem an dem komischen dingen hier ich habe das ja gesehen wenn ich mal mal truppen setze dann verwackelt das auch gerne mal und ähm da muss ich mal noch so ein bisschen geduld an mir üben was das setzen angeht äh mal sehen wir sind das noch 20 stück so viele wohl nicht mehr ja und die kommen auch nicht mehr an die an das rathaus ran okay ist nicht so schlimm ich batsche mal weiter um hier meine truppen und sonstiges zu machen aber ich glaube ich kann jetzt schon mal anstoßen den machen wir in jedem fall und äh weil ich vier bauarbeiter gerade frei habe die nichts zu tun haben machen wir hier auch was mit den bauarbeitern ich wollte eigentlich millionen sammler jetzt erstmal als erstes weg machen aber ich sehe die habe ich gar nicht mehr zu tun hier okay die habe ich gar nicht mehr zu tun oh rathaus kann ich mal ich kann es rathaus machen mache ich aber nicht da machen wir lieber mal äh einen ein magierturm 1,2 kostet ja auch alter falter ein magierturm ein bogenschützenturm hier der nicht ganz so teuer ist ähm eine kanone bogenschützenturm oh oh ja 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 noch ein bogenschützenturm und noch ein bogenschützenturm oh hier unten geht gar nichts mehr mauer bombe luftbombe bohrer ah da geht nicht mehr viel okay dann nehmen wir die erste kanone hier mit ich glaube so ist das in ordnung aber worauf ich eigentlich am ende hinaus wollte ist oder sind noch mal die news hier die community news im deutschen client die high class war league startet morgen abend nein also wenn ihr das video jetzt seht ihr seht es am freitag ist ultra lang geworden ist aber nicht so schlimm ihr seht ähm dass das oder dass die anmeldung hier glaube ich bis freitag abend geht warte mal steht das hier oben irgendwo steht das hier ähm irgendwo steht das hier bis zum 21. erster spieltag ist dort ah da ah ne ah ne bis zum 21. also bis heute abend 20 Uhr bis heute abend 20 Uhr könnt ihr euch noch anmelden und es gibt hier ich kann euch sagen bis zu dem zeitpunkt wo ich das video angefangen habe 101 anmeldungen also das wird eine richtig nette kiste hier muss ich ja muss ich echt mal sagen ich habe heute abend so mit mit zwei drei leuten gesprochen aus der orga um mich da auch schlau zu machen ich muss mich auch selber schlau machen was es heißt die topnotes und auch die empires bei den topnotes sind glaube ich über 70 fast 80 clans dabei im in der empire league ähm dort kann halt glaube ich auch größer gespielt werden meine ich mittlerweile ähm dort sind so 20 30 clans drin ist wirklich wirklich heftig das da kommt richtig was auf und zu auch auf uns streamer also der itzu ist dabei der noobs ist dabei ähm es glaube ich kommt auch zur live auslosung am sonntag das wird beim noobs glaube ich stattfinden ich weiß es nicht genau im moment ist er nicht da und äh das ding dauert auch ein paar monate kein wunder bei den vielen clans hier also kommt hier ruhig rein ihr könnt hier in den hcwl discord auch rein join mit einem klick hier unten drauf ähm das regelwerk muss ich mir selber noch ein bisschen durchlesen ist aber gar nicht mal so viel ist ein google dokument und ähm heavy echt mal heavy hier es gibt gems zu gewinnen es gibt ähm ja ganz ganz viel spaß vor allem zu gewinnen das ist glaube ich nach wie vor das wichtige und ähm deswegen wollte ich euch das unbedingt nochmal beworben haben hier ich hoffe das hat euch ganz gut gefallen wenn ja dann lasst mir unter umständen einen daumen nach oben da abonnier nicht vergessen und Glocke stellen dafür passt ihr kein video mehr von mir ich würde mich auch freuen wenn wir uns am freitag samstag sonntag in den live stream sehen äh so dass wir aus den clans aus diesem clan hier vor allen dingen aus dem perfect war und auch aus dem deutschland ad clan und aus meinen anderen clans ein bisschen was sehen also ein bisschen casual gaming ich habe kein event oder sonstiges also wir können ein bisschen schnacken wir können ein bisschen clash of clans spielen und ich würde sagen bis dahin ciao ciao euer Toto plasht auf 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 Bis zum nächsten Mal.